Einen wunderschönen guten Morgen aus Imola, ist noch fast keiner wach, ich stecke schon mal die Reifenwärme an. So, Reifenwärme erfolgreich angesteckt, die Sonne in Imola scheint schon wunderschön, würde ich mal behaupten. Genau, jetzt geht es dann gleich zum Briefing, dann gibt es den ersten Turn, ich bin hier noch nie gefahren, der Chef zum Beispiel ist hier schon gefahren, letztes Jahr sehr, sehr gut sogar. Ja, es gibt einige dieser Schikanen hier, also hier diese Links-Rechts-Kombination, gibt es einige, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es mir gefällt und ich würde sagen, ich halte euch hier einfach auf dem Laufenden. Ja, es gibt einige, ich halte euch, ich halte euch, ich halte euch, ich halte euch, nordenыйelielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielielieli Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, zwei Tage aus Imola sind vorbei, ich hoffe euch hat das Video gefallen, wenn ja, auf jeden Fall Daumen nach oben geben und bis zum nächsten Mal, falls ihr Fragen habt, wisst ihr wie immer in die Kommentare und ciao!